Marker, damit sie lernen. Europas Champion hat PSG mit einer Lehrstunde auf seinen Platz verwiesen. Ein Ost, das eine Botschaft für Neymar ist. Wenn er gewinnen will, muss er bei Real Madrid unterschreiben. PSG ist nicht der Scheich von Europa, erst durch den Triumphbogen. Real schlägt ein PSG ohne Fußball und ohne Klasse, Pressestimmen zu PSG, Real Madrid Eurosport Sport, PSG hat erneut bewiesen, dass Seher-Klub ein authentischer Unsinn ist. Es ist unverständlich, dass es nach so viel ausgegebenem oder besser gesagt schlecht angelegtem Geld für Mannschaft nur noch Liga eine zu gewinnen gibt. LP ein großer Klub zu sein bedeutet nicht, Transfers wie bei Monopoly zu machen, Mundo Deportivo, Scheichmatt. Das war ein sportliches, institutionelles und soziales Versagen, denn es war eine Schande, wie Ultras von PSG gegnerischen Fans von der Straße gehetzt haben. PSG verschwand im Rauch seiner eigenen Bangalos, Frankreich-Leg hiebt das alles dafür. Trotz seiner grenzensprengenden Transfers hat sich Paris kampflos geschlagen gegeben und verschwindet, wie im Vorjahr im Achtelfinale der Champions League. Le Parisien, Paris Perdue, Wette, Paris verloren, Italien, Gazeta dello Sport, Real aus Stahl, PSG aus Butter. Vielleicht muss der Emir in Tasche greifen, um einen passenden Trainer zu finden. Marco Verratti hat wieder bewiesen, dass er nicht kühlen Kopf bewahren kann. Das ist ein großes Problem, auch mit Blick auf Nationalmannschaft, England The Guardian, PSG wie Plastik Galacticos. Emery muss sich Sorgen um seine Zukunft machen, this one, bei großen Matches gehöre nur einem Mann Schlagzeilen. Ronaldo hat in jedem Champions League Spiel geliefert und das tat er wieder. Daily Mail, Casimiro und Ronaldo bestrafen PSG im Duell der Big Spender. Video, Stimmen zum PSG aus einer Erfahrung, das Team machen muss. Video, Stimmen zum PSG aus einer Erfahrung, das Team machen muss.